Ich bin Jimmy, ein Nachbar von Unione, ich koche gerne. Ich trete Läh auf dem Teig und betze die Füllung und walte Teigblätter schön. Die Teigtaschen sind jetzt fertig, so geht ein Tag vorbei. Wir sind leckere Teigtaschen, Bo und Jimmy, wir reisen gerne. Wir gehen in Jimmy's und rein und kommen runter, runter, durch den Magen und den Dach und sind jetzt kaka geworden, so geht ein Tag vorbei.